Ja, herzlich willkommen bei diesem Video. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Udemy C++ Kurs und ich möchte euch heute erklären, wie man mit Zeiger an den C und C++ arbeiten kann. Und wenn euch dieses Video dann gefällt, gibt es in der Videobeschreibung einen Code, mit dem ihr euch den Kurs in einem Sonderrabatt holen könnt und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Video. Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Nachdem wir uns jetzt die Grundthematik zu Heap und Stack angeschaut haben, habe ich ja als Schlussfolgerung gesagt, für große Datensätze und große Objekte sollte man diese immer auf dem Heap anlegen. Und da habe ich ja auch schon angedeutet, dass dies durch Zeiger geschieht. Wie man jetzt mit Zeiger arbeiten kann und was diese genau sind, werden wir heute lernen. Und ebenfalls noch im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie man dann zum Beispiel Arrays als Zeiger initialisieren kann, wo man dann auch noch ein bisschen besser die Größe ändern kann. Diese ganzen Thematiken habe ich ja schon angesprochen, dass wir dann nicht mehr zu Compile Time diese ganzen konstanten Längen angeben müssen, sondern uns dann ein bisschen freier im Programm später bewegen können. Und ja, die erste Frage ist jetzt mit Sicherheit, was ist ein Zeiger und wie wird dieser in C++ erstellt? Ich komme erstmal auf den zweiten Punkt, wie man diesen erstellt. Wir geben am Anfang wieder ganz normal den Datentyp an und dann können wir sagen int Sternchen, da kommt jetzt ein Variablen Name. Ich nenne es einfach mal p unterstrich Zahl, p einfach als Abkürzung für Pointer beispielsweise und ein Semikolon. So hätten wir jetzt ein Zeiger von Typ int deklariert. Natürlich ist dieser noch nicht initialisiert. Und der große Unterschied jetzt hier gleich ist, normalerweise hätten wir bei einer normalen Variable es gleich 4 zum Beispiel geschrieben. Und dann wäre alles schön und gut gewesen. Und jetzt sehen wir hier direkt, das geht so nicht. Denn bei Zeigern funktioniert das ein bisschen anders. Bei einer normalen Variable, die ich jetzt vielleicht mal darüber deklariere, int, ich nenne das einfach mal n Zahl, hätten wir einfach gleich 4 schreiben können. So, wir haben jetzt hier der ganz normalen int Variable n Zahl den Wert 4 zugeordnet. In eurem Speicher würde das so aussehen. Ihr habt jetzt im Stack eine Speicheradresse für einen Integer reserviert, der den Wert 4 gespeichert hat. Und in eurem Computerprogramm könnt ihr diesen Wert, der in der Speicheradresse gespeichert ist, durch diesen Variablen Namen aufrufen. Bei einem Pointer hingegen funktioniert das jetzt anders. Wir haben jetzt hier diesen leeren Pointer deklariert und wie wir dem jetzt einen Wert zuweisen können, das funktioniert jetzt wie gesagt anders. Nämlich, wir geben dem Pointer keinen Wert, sondern wir geben ihm eine Speicheradresse, auf die er zeigen soll. Entweder können wir dem eine Speicheradresse aus dem Stack geben oder eine aus dem Heap. Aus dem Heap funktioniert das mit dem New Befehl und aus dem Stack könnten wir dem jetzt hier einfach ist gleich und Operator, das ist die Speicheradresse in der Programmiersprache, Zahl. Wenn wir das jetzt einfach mal ausgeben, mit Sternchen p Zahl, das ist auch wichtig, da werde ich gleich nochmal ein Wort zu verlieren. Führen wir das erstmal aus, werden wir sehen, dass er jetzt gleich 4 ausgeben wird, wie wir sehen. Das hat ja schon mal geklappt. So, Punkt 1 ist, was bedeutet Zeile 10? Wir haben jetzt unseren Pointer, p Zahl, und er soll auf die Adresse, das bedeutet das und hier, von n Zahl zeigen. Das heißt, wir zeigen jetzt mit unserem Pointer auf eine Speicheradresse in unserem Stack. Das hätten wir jetzt hier gemacht in dem Beispiel. Der nächste Punkt ist Teile 12. Warum muss das Sternchen jetzt hier hin? Lassen wir das einfach mal weg und führen das Programm aus und gucken, was jetzt passiert. Wie wir sehen, ist das jetzt einfach eine hexadezimale Speicheradresse, die uns ja nichts bringt. Denn ich habe ja gerade gesagt, der Pointer, der zeigt auf die Speicheradresse von n Zahl. Aber wenn wir jetzt den Wert von dieser Speicheradresse haben wollen, müssen wir das mit einem Sternchen hier vor aufrufen. Und jetzt kommt der einfachste Merksatz, da tun sich viele Leute immer schwer, um mit Pointern zu arbeiten. Wenn ihr den Wert eines Pointers haben wollt, benutzt ihr immer das Sternchen. Mehr müsst ihr euch da gar nicht in dieser Thematik großartig merken und dann funktioniert das schon von alleine. Aber die Sache an der ganzen Geschichte ist jetzt, wenn ihr beim letzten Mal aufgepasst habt, habe ich ja gesagt, man soll ja Pointer erstellen, damit man auf Variablen zeigt, die auf dem Heap liegen. Aber diese Variable hier liegt jetzt auf dem Stack und dadurch haben wir ja nicht wirklich viel gewonnen. Da habt ihr völlig recht, das ist jetzt dieses Einführungsbeispiel von Pointern in vielen Tutorials, aber das ist ein bisschen irreführend, weil das ja uns keinen Vorteil bringt. Den richtigen Vorteil, den erlangen wir erst, ich kommentiere einfach mal kurz die Zeile hier aus, wenn wir nicht auf eine Variable zeigen, die im Stack liegt, sondern auf eine Variable zeigt, beziehungsweise auf einen Speicherbereich, der im Heap liegt. Und das funktioniert jetzt durch genau diesen Syntax, das heißt p-zahl ist gleich new int, geschweiftes Klammernpaar und darin kommt jetzt irgendein Wert rein, sagen wir einfach mal 4. Das wäre jetzt hier der Syntax, Zeile 11 und 12, wie wir einen Pointer erst mal erstellen in Zeile 11 und wie wir mit dem Pointer auf eine Speicheradresse im Heap zeigen können. Im Heap wird eine Variable oder ein Speicher reserviert mit dem Wort new und später muss man das Wort delete verwenden, da wird der Zeiger so verändert, dass er nicht mehr auf den Heap zeigt. Und wir erstellen jetzt hier mit dem new eine int-Variable, die mit dem Wert 4 initialisiert wird. Die rechte Seite von dem Gleichheitszeichen liegt jetzt auf dem Heap, die linke Seite hingegen zeigt auf die Speicheradresse im Heap. Wenn wir das jetzt hier nochmal auskommentieren, wie gesagt hier wieder mit dem Sternchen, denn wir wollen ja den Inhalt ausgeben, können wir einfach verifizieren. Wir sehen, es ist wieder 4. Ja, jetzt als nächstes wollte ich euch nochmal ein bisschen was zeigen, wie das jetzt überhaupt ist, wenn wir einer Funktion einen Pointer übergeben wollen. Ich nenne die Funktion einfach mal f, das ist einfach so ein Platzhaltername und da wollen wir gleich einfach mal ein bisschen was ausgeben. Einerseits kennen wir ja die Zeile hier und übergeben dieser Funktion jetzt erstmal eine Pointer-Variable. Wie funktioniert das? Ganz easy, int Sternchen Zahl nenne ich das einfach mal und dann haben wir der Funktion auch schon eine Variable übergeben, die ein Integer-Pointer ist. Und davon wollen wir gleich den Inhalt wieder ausgeben, das heißt wir arbeiten wieder mit dem Sternchen und hier arbeiten wir ebenfalls mit dem Sternchen. Das heißt, wenn wir die Funktion jetzt hier aufrufen würden mit f von p Zahl, sollte er ja genau das gleiche ausgeben, wie wir es hier schon in Zeile 21 haben. Das können wir mal kurz machen und wir sehen, er gibt bei beiden Sachen eine 4 aus. Jetzt die interessante Sache ist ja, wie das denn unter der Haube wirklich funktioniert mit dieser Speicherverwaltung. Das werden wir uns zum ersten Mal im nächsten Video anschauen, aber jetzt vorher möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen, denn wir haben jetzt hier mit diesem New-Befehl, mit dem New-Int in den Geschweifenklammern 4, haben wir auf dem Heap mit dem New-Befehl eine Speicheradresse reserviert. Da wird dann vom Datentyp Int ein Wert abgespeichert und dieser Wert beträgt jetzt hier am Anfang die 4. Diesen Wert können wir später natürlich auch ändern. Das wäre ja doof, wenn nicht. Aber wir haben jetzt Speicher reserviert und wenn wir jetzt wissen, okay, ab Zeile 21 brauche ich diesen Speicher nicht mehr, das heißt hiernach benötigen wir den nicht mehr, dann sollten wir diesen auch wieder löschen. Denn wir müssen ja jetzt selber, wenn wir mit dem Heap arbeiten wollen, diese Speicherverwaltung machen, dieses Allokieren, Deallokieren. Mit New reservieren wir und mit dem Delete-Keyword, das sieht dann so aus, löschen wir diesen Heap-Speicher. Da schreiben wir jetzt Delete-P-Zahl und das Wichtige jetzt hier ist, diese Variable, P-Zahl, ist eine Pointer-Variable, diese liegt auf dem Stack. Das blau markierte hier ist auf dem Stack. Sie zeigt aber, wichtig, sie zeigt nur auf eine Speicheradresse auf dem Heap und diese Speicheradresse auf dem Heap wurde hier mit dem blau markierten erstellt. Mit diesem Delete-Befehl jetzt hier löschen wir nicht diese Stack-Variable, sondern wir löschen das, worauf diese Variable, diese Pointer-Variable zeigt. Das heißt, wir löschen hier den Speicher, der mit diesem New-Befehl hier erstellt wurde. Richtig, P-Zahl auf dem Stack, das worauf wir aber damit zeigen, liegt auf dem Heap und so löschen wir das dann. Darum müssen wir uns immer selber kümmern und das solltet ihr auch machen. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, am Ende der Funktion brauche ich das nicht mehr, dann kann ich das hier machen. Ebenfalls gibt es dann auch noch P-Zahl ist gleich Null-Pointer. Das ist dafür da, dass man, wenn man jetzt nach dem Deleten nach Zeile 23 aus Versehen, weil die Programmlogik es vielleicht aus Versehen so wollte, auf P-Zahl zugreifen will und jetzt eigentlich erwartet man eine Speicheradresse auf dem Heap, auf die man zeigt und die auch gültig ist, aber die ist ja nicht mehr gültig, wenn wir das deleted haben, worauf wir zeigen. Und solange wir dann nicht mit P-Zahl gleich Null-Pointer hier hantieren, zeigen wir auf eine ungültige Speicheradresse und wir bekommen einen Programmabsturz oder ganz wilde Sachen passieren mit eurem Programm. Das heißt, wenn wir den Speicher auf dem Heap gelöscht haben und unsere Pointer-Variable auf keine gültige Adresse mehr zeigt, können wir diese aber gleich Null-Pointer setzen und diesen Null-Pointer-Wert, den kann man in so einer if-Abfrage einbauen und dann kann man wenigstens ein bisschen mehr Sicherheit in euren Code reinbringen, dass man dann auch wirklich etwas nur ausführt, wenn dieser Pointer auf etwas Gültiges zeigt. Das heißt, das wäre dann if P-Zahl ungleich Null-Pointer, mache das und das. Das wären dann die Abfrage, die man dazu machen kann. Und wie gesagt, im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, was überhaupt jetzt hier unter der Haube passiert. Da gibt es zwei wichtige Begriffe, nämlich Pass-by-Value und Pass-by-Reference. Das heißt, diese beiden Begriffe schauen uns beim nächsten Mal an. Auch im Hinblick darauf, dass wir nochmal ein allgemeines Video zu Referenzen haben, ist es wirklich sehr wichtig, dass man das alles verstanden hat. Wichtig, für das nächste Video solltet ihr wirklich alles aus dem heutigen nachvollzogen haben. Wenn da Probleme noch da sind, schreibt sie sehr gerne in die Kommentarsektion unter dem Udemy-Video hier, dass wir da vielleicht nochmal drüber diskutieren können. Also nochmal, wenn ihr wirklich den Wert von einer Pointer-Variable ausgeben wollt, benutzt ihr das Sternchen. Was geben wir hier aus? Wir geben den Wert von der Speicheradresse von dem Heap-Wert aus. Das macht das Sternchen P-Zahl. Denn wir zeigen ja mit P-Zahl, ohne das Sternchen, auf die Speicheradresse im Heap. Jetzt wollen wir aber den Wert ausgeben und nicht die Speicheradresse. Denn wenn wir das jetzt hier wegmachen würden, würden wir sehen, wir geben hier eine Speicheradresse aus. Mit der können wir ja gerade nicht so viel anfangen, sondern wir wollen den Wert ausgeben, der in dieser Speicheradresse gespeichert ist. Und das geht dann mit dem Sternchen. Das heißt, wenn ihr ein Sternchen macht, gebt ihr den Wert von der Heap-Variable aus. Wenn ihr das Sternchen weglässt, gebt ihr die Speicheradresse und jetzt verdammt wichtig, ihr gebt die Speicheradresse auf dem Heap aus. Wenn ihr jetzt hier ein Und hinzufügt, dann gebt ihr jetzt die Speicheradresse von der Stack-Variable aus. Diese drei Sachen, die müsst ihr euch wirklich merken, weil die fundamental sind dafür, für die ganze Sache. Das heißt, wenn wir das jetzt ausführen, werden wir sehen, das ist jetzt irgendeine andere Speicheradresse. Ich kann das ja nochmal kurz hier rüber kopieren. Einmal ohne das Und, dann kann ich ja sagen, das ist dann Heap und hier das obere ist dann der Stack. Das hier ist die Stack-Adresse, weil man dann wirklich von der jeweiligen Variable, die hier erstellt wurde, seine eigene Speicheradresse ausgibt. Das geht mit dem Und-Operator oder kaufmännisches Und oder im Englischen Ampercent. Wenn wir jetzt aber die Heap-Adresse ausgeben wollen, dann ist die ganz normal in der Variable gespeichert, da sie jetzt ein Pointer ist. Und bei Pointern speichert man ganz normal die Speicheradresse ab, worauf wir auch immer zeigen. Das wäre dann hier ohne das Und. Das heißt, das ist hier nicht das Gleiche, wenn wir jetzt auch sehen. So, wir sehen, das ist jetzt eine Adresse, fängt mit 0, 0, 0 an, ist schon gut, am Ende ffa2, 0 und hier haben wir e2530, also ist es nicht die Gleiche. Wenn wir jetzt aber hier den Wert ausgeben wollen, müssen wir ein Sternchen machen. Und der Wert, der ist jetzt auf dem Heap gespeichert, wichtig, denn wir zeigen ja mit dieser Stack-Variable nur auf den Speicherbereich im Heap. So, wir sehen jetzt, jetzt geben wir eine 4 aus. Und das war es dann mit diesem Video, wie man Zeiger einen C und C++ verwenden kann. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn wir uns in dem Iodemy-Kurs wiedersehen. Der Link ist, wie ich schon erwähnt habe, in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.